Moin und herzlich willkommen zurück bei MrWissen. Heute mit 20 Fakten über den Mars. Und für alle die den Titel aufmerksam durchgelesen haben, ja das ist schon Teil 2. Dieses Video ist nämlich eine Kooperation mit dem Kanal 10 Fakten. Teil 1 findest du auf seinem Kanal. Schau dir also zuerst Teil 1 auf dem Kanal 10 Fakten an, bevor du mein Video anschaust. Alle nötigen Links findest du in der Videobeschreibung. Wir hier starten gerade mit Fakt Nummer 11. 70% der Mars-Missionen scheitern, da es immer wieder technische Komplikationen gab. Auch wenn ein Roboter erfolgreich auf dem Mars gelandet ist, heisst das noch lange nicht, dass er überleben wird. Auf dem Planet gibt es nämlich viele heftige Sandstürme, die ein Roboter nicht unbedingt überlebt. Fakt Nummer 12. Der Mars wurde so gut erforscht, sodass es von der Mars-Oberfläche besseres Kartenmaterial gibt, als von Grund unserer Erdmeere. Fakt Nummer 13. Wem gehört der Mars? Diese Frage ist sehr umstritten. Drei Leute aus dem Jemen verklagten die NASA wegen unerlaubten Betreten des Mars. Sie behaupteten, dass sie den Mars vor 3000 Jahren von ihren Vorfahren geerbt haben. Fakt Nummer 14. In den 1960er Jahren hat der afrikanische Staat Sambia tatsächlich den Plan, ein gigantisches Katapult zu bauen und damit eine Aluminium-Rakete auf dem Mars zu schleunern. Fakt Nummer 15. Bei uns in der Antarktis und in der Sahara wurden Gesteinsbrocken gefunden, die angeblich vom Mars sind. Man vermutet, dass ein Meteoriteneinschlag oder ein gigantischer Vulkanausbruch auf dem Mars Gesteinsbrocken bis auf die Erde geschleudert hat. Fakt Nummer 16. Früher sah der Mars ganz anders aus. Es gab damals noch eine Atmosphäre und einen Wasserkreislauf. Allerdings stoppte dieser Wasserkreislauf vor rund 1,5 Milliarden Jahren, als sich der Planet zu stark abkühlte. Auch die Atmosphäre verschwand. Fakt Nummer 17. Nach der Abkühlung des Planeten gab es noch lange viele Gletscher auf dem Mars. Doch auch diese verschwanden, nachdem sich das Klima des Planetens vor einigen Millionen Jahren drastisch veränderte. Der grösste Teil des Wassers befindet sich aber immer noch in tieferen Schichten des Boden des Mars. Fakt Nummer 18. Es kann also sein, dass sich auch das Leben auf dem Mars in die tieferen Erdschichten zurückgezogen hat, wo es von der tödlichen kosmischen Strahlung geschützt ist. Jedoch gab es noch nie einen Marsroboter, der Bohrproben vom Marsboden genommen hat. Fakt Nummer 19. Es ist also durchaus möglich, dass es auf dem Mars Leben gibt. Wie das aussieht und ob es ähnlich ist wie auf der Erde, ist den Forschern nicht bekannt. Fakt Nummer 20. Kommen wir zum Schluss noch zu etwas anderem. Verschiedene Nationen und Unternehmen planen bemannte Flüge zum Mars. Das amerikanische Unternehmen SpaceX will sogar in den nächsten Jahren ein bemanntes Raumschiff zum Mars schicken. Sind wir gespannt, wer das Rennen zum Mars gewinnen wird. An dieser Stelle möchte ich auch Teil 2 der 20 Fakten über den Mars beenden. Falls du dir Teil 1 noch nicht angesehen hast, solltest du das unbedingt machen. Das Video befindet sich auf dem Kanal 10 Fakten. Alle nötigen Links findest du in der Beschreibung. Und hier sind noch die Aussichten für die kommende Woche. Am Montag gibt es Teil 3 der Mr. Wissen Comedy Special Serie. Und am Freitag kommt wie immer um 17 Uhr ein Video. Wir sehen uns aber bereits heute schon um 17 Uhr. Nämlich mit dem Mr. Wissen Quiz Ausgabe 3. Abonniere also meinen Kanal, dass du kein Video mehr verpasst. Folge mir auch auf Instagram. Dort poste ich täglich neue Facts. Und außerdem würde ich mich hier unter diesem Video über ein Like freuen, falls es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.